Hallo zusammen und willkommen zurück in der Coop Station. Eine neue Community Map. Heute Cubes of Destiny. Legen wir gleich mal los. Das sieht schon mal sehr interessant aus mit den ganzen Barrieren hier. Also wir brauchen einiges an Würfeln. Ich habe schon mal einen Würfel gefunden. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nach sechs kommt viele her. Oh, ich habe hier einen Fahrstuhl. Du hast einen Fahrstuhl gefunden. Wow. Ah, hier ist ein Knopf. Okay, da hat sich das umgedreht. Ja, ich muss drauf bleiben. So. Kannst du da ein Portal machen? Das geht, ja. Dann komme ich vielleicht da oben an den Würfel dran, wenn du mich hier rausschießt. Nee, dann baust du deine Portale ja hier unten. Wieso brauche ich die? Ja, ich kann ja dein Dunkelblaues wegmachen. Ja, sollte funktionieren. Okay. Toll. Hallo. Ich sehe dich. Nee, warte mal. Das geht ja nicht. Äh, ich habe Schwein gehabt. Hier ist Wasser. Das ist ja nicht so schlimm. Das sagst du jedes Mal. Ja. Wieso hat das nicht funktioniert? Nochmal. Doch, es müsste funktionieren. Ja, ja. Ja. Sehr gut. Äh, pass auf, dann ist Wasser. Nee, was passiert ist nicht so schlimm, aber der Würf? Du bist so gemein zu mir. Das ist ja egal. Muss ich jetzt rechts rüber oder links rüber? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt runter, ich müsste eigentlich runter können. Da oben sind noch mehr. Nochmal vier. Ah, warte mal. Und dann? Meinst du, ich schaffe... Ach, nee. Schande. Ich dachte, ich müsste ihn fangen. Springen wir auf den anderen drauf. Da vor dir jetzt. Ja. Kommst du dann da drüber. Dahin. Nee, ne? Da ist noch ein Würfel. So, soll ich jetzt hier runter springen einfach? Ich kann das schlecht abschätzen, ob ich das schaffe oder nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Äh. Ja. Oh ja, okay. Dann geht hier schon mal was auf. Zum... Oh ja. Ach, du Schammer. Ach, du glaubst es nicht. Hallo. Ach, da ist eine Scheibe dazwischen. Guck mal in die Decke. Ah. Hm, okay. Was passiert hier mit dem... Au! Okay. Geh nicht da hinten in die Ecke. Nein. Hört dich nicht vor. Ach so, jetzt hast du... Die Frage ist jetzt halt auch... Was passiert mit dem blöden Schalter hier? Siehst du da irgendwas? Nö. Oder kommt dann da hinten der Würfel raus? Hm, eigentlich nicht. Da müssen wir die zwei Schalter oben drücken, dass der Würfel rauskommt. Aber... Ah, ich wüsste... Geh nochmal drauf? Auf den Schalter? Geh nochmal auf den Schalter? Oder wie hast du das Portal gerade hierher gemacht? Das geht da durch. Wenn ich das da hinmache... Huch. Wieso ging das gerade weg? Ja, das ist der Schalter. Okay, dann habe ich das eben nicht gesehen. Das müssen wir halt machen. Ja. Jetzt müssen wir wohl gleichzeitig hoch... Gehen wir runter vom Schalter. Ja, und den Schalter betätigen. Dann wird das eingeschlappert jetzt. Geht das beidseitig? Ja, okay. Ja. Aber warte, ich glaube, das muss noch höher. Hm, denke ich auch. Geh nochmal auf den Schalter. Okay. So, jetzt ist das voll. Oh. Du musst... Nee, nicht nochmal auf den Schalter. Runter. Jetzt muss ich den nochmal... ...einfärben. Von oben bis unten. So. Und den anderen halt auch nochmal. Und den anderen auch nochmal. Und ich denke mal, das müssen wir gleichzeitig machen. Ja. Ja. Dann kommt nämlich der Würfel raus. Auf... 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 Auf einen Timer? Ist ein kleiner Timer drin, ja. Achso, das meinte ich. Ich kann die beide auf... Äh, Timer. Ja, komm, mach mal. Und los. Das brauchst du nicht sagen. Da kann mir das go. Ach. Jo, sah gut aus. Also, der Würfel ist da. Jetzt brauchst du nur noch holen. Wieso kann ich da kein Portal setzen? Weil da eine Scheibe dazwischen ist. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ah, ich habe es gefunden. Aha. Ach, ne. Ach, doch. Geh mal... Lass mal die Farbe von oben runterfallen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dich... Oder so, ja. So, genau. Ja. Dann lasse ich mal springen. Juhu. Haha. Oh, Vorsicht. Na? Zu weit? So. Haut das hin. Oh, das sieht ganz gut aus. Die werden alle an die Wand gedrückt. Oh, ne. Na, guten Parts erwischt. Wir müssen noch weiter vor. Ja. Der hat sich da beinahe wieder aufgestellt. Ja, ich bin hier. Mach's gut. Die Armen, klein. Oh, das ist ja so tragisch. Juhu. Hier ist noch ein... Nehmen wir an den Würfel am besten. Und ich drück mal den Schalter. Ich hab nämlich Angst, was passiert. Geh am besten ganz weit weg. Selbstzerstörung, oder was? Na, keine Ahnung. Vielleicht geht der Boden hier weg, oder... Oh, das ist ja... Ich hab keine Ahnung. Hm. Hm. Aber wir haben... Ach, ich weiß, vielleicht ist hinten das Portal. Das war ja so ein Schild, wo man... Hätte nicht durchgehen können mit den Würfeln. Das hat wahrscheinlich das Schild hier getüdelt. Meinst du? Ich weiß es nicht. Jetzt kann man den Würfel ja eigentlich hier wieder rausnehmen, weil jetzt waren wir ja fertig. Ja. Einfach mal hier reinsetzen. Hier brauchen wir zwei auf einmal wahrscheinlich. Ähm. Wow. Warte mal da... Ach nee, von da kommen wir. Was tut sich denn da? Oh Gott, wir brauchen hier vier Würfel. Siehst du was? Was sich bewegt, oder so? Ja. Wenn du nach links guckst, neben dem Fahrstuhl, ist eine Fläche, die klappt leicht auf. Da oben. Okay. Dann... Kann sich wohl einer da reinschießen. Da oben ist nochmal so ein... Aha. Soll ich mal hochfahren, oder? Ja, fahr mal hoch. Dann... Aber ich krieg mein Portal da nicht hin. Wohin? Ah, die Schrägen? Ja. Ach so. Hm, dann... Dann geht die auch nicht. Also ich seh da einen Schalter. Ja, okay. Mhm, mhm. Ja. Ja. Reicht das nicht? Ja. Nee, da komm ich nicht an. So, komm ich da hin, ja. Und da. Ja, aber sobald er halt dann... Vielleicht, ähm, müssen wir erst mal drüben. Nee, da brauchen wir ja drei. Das heißt, wir brauchen noch einen mehr, bevor wir drüben weiterkommen. Hm. So, wozu ist da oben? Die Plattform da? So, scheint da auch noch was zu sein. Da war ja auch noch ein Würfel. Da. Ja, boh, boh, boh. Ja, den haben wir jetzt wahrscheinlich da irgendwie bekommen. Zumindest so eine Mutmaßung. Hier, schätze ich mal, müssen wir irgendwie... Wie heißt der Ausgang? Irgendwie hier die, äh, Barriere deaktivieren. Damit wir hier ein Portal hinmachen können wahrscheinlich. Mhm. Da brauchen wir drei. Dann geht wahrscheinlich die Barriere aus. Warte mal. Aber... Bringt uns nicht viel weiter. Was ist denn hier? Ein Portal. Was soll das? Wellenzeichen. Mach mal zu. Nee. Oh, Mist. Nein! Ach, ich bin ein Rindfisch. Ehrlich? Es war zum Glück der Würfel, der von da oben kam. Nein, ich wollte nicht drauf. Ich hab ja, ähm... Nein? Ja, genau das ist passiert. Ja, aber ich holte ja rüber. Ach so. Ich nicht. Ich holte mal. Ob ich hier was seh. Ob ich hier was sehen kann von hier. Da müsste man hin. Aber man kann von hier aus auch nicht irgendwo hin. Hm. Warte mal. Da oben drauf ist ein... Ach so, das ist nur für den zweiten Würfel. Jetzt brauchen wir den zweiten Würfel nochmal. Ach so. Ja. Okay, ich verstehe. Müssen wir das nochmal machen. Das hat auch auf Anhieb geklappt. Ja, ja. Ich spring mal ins Wasser. Nicht da drauf. So, dann wieder rein mit dir. Wieso willst du da jetzt hin? Wir können das blaue Zeug eventuell noch benutzen, weil... Hier ist doch überall Gitter. Ja, überall fast. Überall fast. Aber nicht überall. Fast überall. Fast überall. Du bist ein Schweinchen. Amerika. Nu? Weiß ich noch nicht. Erstmal alles. Du brauchst wohl einen Tapeten wechseln, ne? Erstmal alles. Ach so, das hat er schon. Das geht hier nicht. Ja, der Mann weiß, das ist nicht so beeindruckt, aber... Ja, naja, gut. Ist nichts passiert, was großartig weiterhilft. Jetzt sitzt er da oben. Er hätte ja irgendwie passieren können, wir brauchen das. Da müssen wir hin. Ja, ich weiß. Ich weiß nur noch nicht, wie. Wir müssen da eigentlich ein Portal haben und dann einen um, der da rausschießen kann. So wie eben, nur halt, dass er da rauskommt. Das ist ja richtig. Das klappt nur halt nicht so einfach, wenn man von da oben nicht an das schräge Portal rankommt. Aber das ist die Prämisse, die uns hier die Arbeit erschwert. Ist hier noch was versteckt? Weiß ich nicht. Ne. Hm. Hm. Ich fahr nochmal auf. Wie, kann ich ja nicht... Ey, bleib so um. Ey. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Meinst du, man schafft den Sprung von da nach da? Oh. Mal ausprobieren? Ich glaube eher nicht. Ich glaub's auch nicht. Dann müsste ich ihm... Könnte ich vielleicht im Flug versuchen, hier ein Portal zu machen. Einfach mal ausprobieren. Ach so, du. Ich war's schon soweit. Wo bin ich? Weiß ich nicht. Ach so, okay. Ich hab die Dinger umgedreht. Da musst du jetzt dann im Flug hier ein Portal hinmachen, ne? Ja, erstmal muss ich hoch. Nein, wenn du oben bist, kannst du da nicht mehr hinschießen. Ach ja, stimmt. Okay. Ne? Ich probier's zu treffen. Okay. Wenn ich's... Ja, Mist. Das ist gar nicht gesehen. Versuch mal den Sprung jetzt, ob das überhaupt funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Ach, das funktioniert jetzt schon überhaupt nicht. Okay. Aber ich hab auf der anderen Seite noch ein Portal gekriegt. Das geht auch von da oben. Er bringt uns nur nichts. Und für was ist die Fläche hier? Das, was hieß du, noch nicht. Das ist verdammt tricky. Also ich hab gerade so eine Gehirnblockade irgendwie. Aber ich höre Musik im Hintergrund. Das ist ja immer was Neues. Ja, gut. Dann sind wir noch nicht tot. Das reicht auch nicht. Scheint tot. Ich rede gerade davon und du machst das. Ist ja egal. Total egal. Hier ist ja alles egal. Wie doch egal. Hm. Hier ist sogar angezeigt, was was macht. Oder wie? Ne. Nach. Kann ich so da ein Portal hinmachen? Warte mal. Wenn das noch nicht aktiviert ist. Hm. Im Endeffekt auf einer Linie. Ja. Ne. Das geht nicht. Ach. Wofür ist das da oben? Wir hatten doch auch. Ähm. Warte mal. Mach nochmal hier einen Würfel hin. Dann kann ich auch machen. Oder du machst das. Oder ich mach das. Äh. Machen wir. Wir hatten doch drüben auch diesen, ähm, Gravitationsstrom. Ja. Ach so. Also die Brücken können wir ja nicht benutzen. Aber den Gravitationsstrom, vielleicht müssen wir den mit rüber nehmen. So. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht von da oben. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, aber. Versuch mal mit den. Ja. Ich hab's. Ja. Oh ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Oh, da ist ein Würfel drin. Und ein Schalter. Was macht der Schalter? Und ein Schalter. Weiß ich nicht. Ich werfe erstmal den Würfel runter. Vorsicht. Oh äh. Ja. Ich kann nicht erwischt. Jetzt habe ich den Knopf gedrückt. Das tat mir aber in der Seele weh, wie der aufgeprallt ist. Ja, ich sehe, was da jetzt gekommen ist. Du hast gedrückt, ja? Ja, ja. Du siehst es? Ja, natürlich. Mit deinen... ...diegelaugen. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass da hin was kommt. So. Jetzt müssen wir die... ...die Würfel da rüber boxieren. Ja, das ist das nächste. So. Ach, ach ja. So ein Transportunternehmen hier noch aufmachen. Ja. Jetzt ist das aus, da oben. Oh, das ist schön. Du hast ja noch... Du hast ja noch das Portal bei dem... Bei der Barriere. Ich habe das noch. Könnte ich da... Ne, wir müssen jetzt wohl den Würfel holen. Ja. Mach mal dein Portal hier hin. Das Gelbe. Genau. Gucken. Ob uns das irgendwie weiterbringt. Ja, es sollte doch. Ja, aber ich komme hier nicht hoch. Ne, das stimmt. Aber... Ja, stimmt. Wieso geht's... Hm, man passte wohl nicht anders. Ja, das kann sein. Hm, willst du etwa vorbei? Ich will auf dich drauf. Ne, 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 heute nicht. Heute nicht. Warte, ich hab's. Wahrscheinlich. Bleib am besten. Ja, mach was du denkst. Ne, ja, runter müsstest du. Oder? Wir können ja jetzt bestimmten Würfeln wieder runternehmen, oder? Oder... Ach nee, da ging ja hier das Feld auf, ne? Aus, nicht auf. Du meinst, dass ich einen Würfel als Sprunghilfe benutze? Ja, aber dann wird ja hier das Feld aufgehen. Ja, ich kann ja... Ich kann ja durchgehen. Wenn du hier bleibst. Ups. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, das habe ich gemeint. Das, äh... Die Fläche geht aus. Du musst wohl dahinter bleiben. Kann das sein? Ne, ich glaube, das geht gar nicht. Oder geht nicht. Geht wahrscheinlich nicht durch die Barriere durch, ja? Sobald das wahrscheinlich schließt, dann wird alles exterminiert. Hm. Eine erneute Zweckmüde. Das bringt uns gar nichts. Nicht so möglich, ne? Mhm, 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 mhm. Mist. Mann, Mann, Mann. Okay. Der Fahrstuhl fährt leider nicht höher. Wird uns auch nicht viel weitergebracht. Ach, ich glaube, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wir brauchen die blaue Farbe. Ah, ja, ja, okay. Von da oben runter auf die Brücke. Okay. Warte mal, ob es andersrum geht. Ja, aus dem geht's. Ach, nee, das geht ja gar nicht. Nee, geht nicht. Nee, warte mal. Wieso? Nein. Ich hab's... Ich hab's... Ja, aber wir brauchen die Farbe. Hast schon... Also das Sprunggel. Hast schon recht. Hast schon recht. So. Ja, okay. Das ist ja gut. Dann hab ich das, dann... Nee, wenn ich hier... Geh mal rüber und hol mal... Äh, also hol mich mal rüber. Wenn ich springe, dann ist der Würfel weg. Ja, genau. Du hattest das ja noch. Dann... Wenn hier auf ist, dann spring mal hoch. Mach oben dein Portal. Ja, hab ein Portal da oben. Ja, aber ich brauche das andere hier unten. Für die Brücke. Lass es doch. So. Mal sehen, ob ich da hochgejumpt bekomme. Ah, okay. Sieht noch ziemlich weit weg aus irgendwie. Doch. Klappt. Funktioniert. Sehr schön. Ähm. Ich mach lieber mal das Zeug woanders hin. Ja, nicht. Dann springst du noch der Würfel noch davon. Jetzt müssen wir die Würfel noch alle hier hochholen. Wie machen wir das? Dein Portal... Ich lass mein Portal da. Geh rein. Also bleibt das doch hier. Wieso bleibt das jetzt auf einmal? Ich hab keine Ahnung. Hier sind die Würfel. Danke. Schneller, ich warte. Ja, ja. Los. Schneller. Ich hab nicht ewig Zeit. Habe ich das nicht toll gemacht? Nee, hast du nicht. Guck mal, in der Würfel funktioniert nicht. Ja, aber das musst du auch erstmal hinkriegen. So. Ähm. Komm, Kuschelzeit. Okay. Hallo. Hallo. Ja, komm mal her. Ach so. Ich muss noch näher ran. Ja. Ich hab geduscht heute. Kannst du ruhig näher kommen. Hm. Komische Dusche. Funktioniert wohl nicht. Also das war wieder eine sehr harte Nuss zu knacken. Das stimmt. Krieg wieder einen Daumen hoch von mir. Mapersteller heißt, ja, wie spricht man das aus? 13 Abun, Leabun, also lest es selber und denkt euch was dazu. Tolle Community Map, selber ausprobieren, ab in den Workshop und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.